Die Botanischen Gärten und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Und hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte, zum Teil so fantastisch, dass man sie kaum glauben kann. Entscheidet selber, ist die folgende Geschichte wahr oder frei erfunden? Herzlich willkommen in den Sammlungen des Naturhistorischen Museums Basel. Ich möchte heute ein ganz komisches Tier vorstellen, der Säbelzahn Wiederkäuer. Wiederkäuer sind bekannte Tiere. Wir kennen sie von den Geweihe und Hörner, die sie auf dem Kopf tragen. Hier die Giraffe zum Beispiel mit Ossikonen, also zwei hornartige Strukturen, die sie auf dem Kopf haben. Die Hirsche haben Geweihe, hier ein Reh, und die Hornträger, wie dieser Steinbock, tragen schöne Hörner auf dem Kopf. Die Menschen von diesen Arten benutzen ihre Waffen da, um untereinander zu kämpfen und um Weibchen zu beeindrucken. Unser Säbelzahn Wiederkäuer hat keine Geweihe, keine Hörner, ganz im Gegenteil zu seinen Cousins. Der Säbelzahn Wiederkäuer ist ein relativ kleines Tier, also von dem Tisch da ungefähr so in der Höhe. Er trägt aber ganz lange, riesige Eckzähne auf dem Kopf. Diese Eckzähne benutzt es nicht, um Beuten zu jagen oder zu töten. Es sind Geschlechtsmerkmalen, das heißt, die Menschen von dieser Art benutzen ihre Zähne, um untereinander zu kämpfen und um Weibchen zu gewinnen. Je länger die Eckzähne sind, desto mehr Chancen für die Reproduktion ein Tier hat. Der Säbelzahn Wiederkäuer ist kein Räuber mit heftigen, messerartigen Eckzähnen, wie zum Beispiel die Säbelzahnkatze. Es ist ein reines Pflanzenfresser und er hat ein Lieblingsfutter, die Flechte, was auch sehr ungewöhnlich ist für einen Wiederkäuer. Jetzt, habe ich hier die wahre Geschichte erzählt oder habe ich hier tatsächlich in meinen Händen den Schädel von einem gefährlichen Räuber? Rätselt mit und entdeckt weitere unglaubliche Geschichten auf fantasticstories.ch und besucht uns am Tag der Naturhistorischen Sammlungen.